Wie viele Zimmer der Wohnung, des Haushalts habt ihr okkupiert? Drei Zimmer. Drei Zimmer. Miterlaubnis von Mama und Papa. Alle Jahre gesagt, okay, wunderbar. War jemals so der Punkt dabei, wo ich gesagt habe, jetzt hören wir auf, jetzt mag ich nicht mehr. Naja, bei der Szene der Badewanne, das war schon... So verzweifelt, ja. Spitze. Kreativität, ich glaube, es hat einen riesen Applaus verdient, dass der Matthias und der Marsella die meine Geschäft haben, der Videofress gehalten hat. Ein Ruf von mir, RR Team Stiftlein. Und natürlich...